Lege dich entspannt hin, Beine locker auseinanderfallen lassen, die Arme vom Körper weg und die Handflächen zeigen nach oben. Falls es dir Probleme bereitet, auf dem Rücken zu liegen, kannst du dich so hinlegen, wie du gerne möchtest. Und nun atme einmal tief ein und halte die Luft an. Und ausatmen. Noch einmal tief einatmen, die Luft anhalten und ausatmen. Beim nächsten Einatmen spannst du fest alle Muskeln in deinem ganzen Körper an, auch die Gesichtsmuskeln. Und einatmen und die Luft anhalten, alle Muskeln fest anspannen. Und beim Ausatmen loslassen, alle Muskeln wieder entspannen und fallen lassen. Spüre, wie jetzt vielleicht eine Entspannung schon anfängt, durch deinen Körper zu strömen. Und noch einmal tief einatmen, alle Muskeln anspannen und die Luft anhalten. Und ausatmen, loslassen und fallen lassen und ganz normal weiteratmen. Der Atem kommt und geht, ohne dass du ihn steuerst, ohne dass du dir Gedanken über deinen Atem machst. Lass ihn einfach fließen. Alle Muskeln sind nun wieder entspannt und du bist nun vielleicht schon etwas gelöster. Spüre nach, wie nach der Anspannung dein Körper ganz entspannt und locker auf der Unterlage aufliegt. Du lässt nun die Entspannung zu. Äußere Einflüsse stören dich nicht. Ganz im Gegenteil. Sie verhelfen dir, immer tiefer und tiefer zu entspannen. Bei jedem Einatmen tankst du jetzt ganz viel Kraft und Energie und bei jedem Ausatmen wirst du schwerer und schwerer, gelassener und gelassener. Entspannung. Atme alles Negative, alles was dich bedrückt, einfach aus. Konzentriere dich nun auf deinen Atem, einatmen, Kraft und Energie tanken und beim Ausatmen alles loslassen und komplett entspannen. Lasse auch deine Gesichtsmuskeln und deine Augen ganz locker werden. Atme tief in den Bauch ein und aus. Einatmen und ausatmen. Spüre, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Und bei jedem Ausatmen sinkst du immer tiefer und tiefer. Lass dich fallen wie Regentropfen, die auf der Erde aufkommen und in den Erdboden versinken. Einatmen und ausatmen. Deine Gedanken, sie kommen und gehen. Sie sind frei wie Wolken. Sie fliegen davon und du lässt sie gehen. Sie kommen aus dem Raum und sie kehren zurück in den Raum. Steckt ein Gedanke fest, stelle dir einen Karton vor. Öffne ihn und lege den Gedanken darin ab. Verschließe den Karton und stelle ihn rechts von dir ab. Du darfst den Gedanken nachher wiederholen, falls er dann noch wichtig ist. Und atmen, loslassen, fallen lassen und entspannen. Dein Kopf ist jetzt ganz klar. Spüre jetzt deinen rechten Fuß und die Zehen. Dein rechter Fuß und deine rechten Zehen sind jetzt entspannt. Und auch dein rechter Unterschenkel und der Oberschenkel liegen entspannt auf der Unterlage und sind ganz locker und entspannt. Dein ganzes rechtes Bein und der Fuß mit den Zehen sind nun komplett locker und total entspannt. Bringe deine Aufmerksamkeit nun auf dein linkes Bein und die Zehen. Spüre, wie dein linker Fuß und auch die Zehen ganz locker und entspannt sind. Wandere gedanklich zu deinem linken Unterschenkel und zu deinem Oberschenkel und spüre, wie dein ganzes linkes Bein locker und entspannt aufliegen. Deine beiden Beine und die Zehen liegen nun ganz entspannt und breit auf der Unterlage auf. Bringe deine Aufmerksamkeit nun zu deiner Hüfte und zu deinem Gesäß. Deine Hüfte und dein Gesäß liegen ebenfalls locker und entspannt auf der Unterlage auf. Und auch dein unterer Rücken und dein oberer Rücken liegen breit und locker auf der Matte oder auf dem Sofa oder dem Bett auf. Bringe deine Aufmerksamkeit nun zu deinen Schultern. Lasse deine Schultern ganz locker fallen. Und mit jedem Ausatmen sinkst du immer tiefer und immer tiefer in die Entspannung. Nun konzentriere dich auf deine Arme und Hände. Und spüre, wie deine Arme und Hände ganz locker und entspannt sind. Bei jedem Ausatmen, entspannen, loslassen. Als nächstes konzentriere dich auf dein Gesicht. Entspanne alle Muskeln von deinem Gesicht. Entspanne den Kiefer. Glätte deine Stirn von innen und lasse die Augen tief in die Augenhöhlen sinken. Dein Kiefer, dein Kiefer, deine Stirn oder auch deine Augen sind entspannt und locker. Dein ganzes Gesicht und auch der Kopf und die Kopfhaut sind ganz locker und entspannt. Dein ganzer Körper von den Fußspitzen über die Beine, die Hüfte, der Bauch, der Rücken, die Schultern, die Arme und Hände, der Hals und der ganze Kopf und dein Gesicht sind nun komplett locker und entspannt. Lasse los, lasse bei jedem Ausatmen noch mehr los und ausatmen, fallen lassen, loslassen, entspannen und lösen. Bringe deine Aufmerksamkeit nun zu deinem Herz. Atme in den Bereich deines Herzens. Spüre dein Herz, wie es schlägt. Auch wenn dein Herz ein bisschen schneller schlagen sollte, ist das okay. Und du bewertest es nicht. Spüre nun, wie sich mit jedem Herzschlag ein Glücksgefühl in deinem Körper ausbreitet. Und auch mit jedem Einatmen wird dieses Glücksgefühl immer stärker und stärker. Das Glücksgefühl breitet sich nun auch in deinem Solarplexusbereich und in deinem Bauch aus. Es fühlt sich an, als ob du frisch verliebt oder total freudig bist. Du hast nun Schmetterlinge im Bauch und fühlst dich einfach nur wohl. Du genießt den Zustand der Leichtigkeit und des Glückes. Das Glücksgefühl breitet sich nun bei jedem Einatmen immer weiter und immer weiter aus. Es berührt jede Zelle deines Körpers. Das fühlt sich einfach nur gut an. Du genießt diesen Zustand der Liebe. Und diese Liebe gilt einfach nur dir. Du liebst dich jetzt genau so, wie du bist. Du liebst jede Zelle deines Körpers. Sage dir nun in Gedanken. Ich liebe mich genau so, wie ich bin. Ich liebe mich und meinen Körper, jede einzelne Zelle. Ich liebe mich und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Und atmen, fallen lassen, loslassen, dein Glück genießen und lieben. Du bist jetzt komplett entspannt, locker und frei. Du liebst dich ganz genau so, wie du bist. Alles ist gut. Du bist im Hier und im Jetzt und du bist hier und jetzt komplett entspannt. Du wirst geliebt. Alles ist einfach. Und es darf auch alles einfach sein. Alles ist so einfach und es darf auch so einfach sein. Du bist jetzt komplett locker und entspannt. Du bist hier und jetzt und komplett entspannt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bewege deine Finger, Bewege deine Beine und Hände, deine Hüfte und Bewege auch deine Schultern. Drehe deinen Kopf einmal nach rechts und dann nach links. Atme noch einmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Und beim nächsten Einatmen öffne deine Augen und sei wieder munter und frei im Hier und im Jetzt. Namaste Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020